Hallo Leute und hier ist mal wieder euer Mr. Shraps und heute mit einem zweiten Video und heute spielen wir noch Neck. Das habe ich mir gerade neu in der Stadt gekauft. Schauen wir mal so wie das Game ist. Dieses Spiel speichert automatisch, spiele ich halt das System nicht aus. Wenn das Speichelsymbol gezeigt wird. Na ja. Drücke eine Taste. Zack. Neues Spiel. Normal. Nehmen wir einfach mal das erste. Moment. Ich mach lauter. Okay. Okay. Wow. Alter Schwede. Der Doktor Schlöffelkopf. Das sind Aufnahmen aus den Hochlandlippen von vor zwei Tagen. Wie es scheint sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage einen stark befestigten Außenposten einzunehmen. Danke, dass sie alle so kurzfristig kommen konnten und Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Dr. Vargas. Das ist das. Das ist das. Das ist das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Na gut! Ich nehm und geb Du, ja, muss ich noch mal in die Abenteuerung kommen. Und die Abenteuerung, die in der 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 in die in der in der in der in der in der in der umlaustenancellen Ok, dann gehen wir mal mit. Hey, wie geht's dir? Gut. Der Doktor hält mich auf Grab. Muss an die Arbeit. Bis später. Ok. Ok. Fang an! Ich muss immer aufpassen, dass die GoPro nicht ausgeht. Äh, ok. Uh, das bin ich! Ich bin jetzt dieser Roboter. Ich kann schlafen. Ich kann jumpen. Und doppelstrucken. Oh, ich habe das. Los, Angriff! Oh nein, 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 nein! Kaputt! Oh nein, 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 nein! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ja. Und jetzt. Wo ist das? Ich bin jetzt hier. In der Video, da oben haben wir auch gehen. Wie Sie alle wissen, sind diese Gelegte das Fundament unserer Gesellschaft. Geheimnisvolle Überreste einer unbekannten Zivilisation, die unsere Maschinen antreiben und unseren Lebensstil ermöglichen. Kann ich da hoch? Ja, doppelt hoch. Guck mal, die Ecke. Noch mehr Teile. Ich baue mich langsam zusammen. Ah! K.O. K.O. Laserbälle. K.O. Ah, noch mehr Teile, die hole ich mir. Ah, der schießt Laser. Drecksack. K.O. Okay, noch mehr Teile. Schau wie groß ich schon bin. K.O. 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 Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nch! Und hoch. Wow! Nein! Nein, bitte nicht! Naja, egal. Nochmal. Wow! Aufpassen! Jetzt holen wir uns den! Nicht! Der ist weg! Und der ist weg! Neue Teile für uns! Danke! Uh, hier sind viele Teile! Lass diese Relikte auf! Wow! Alles hingedroht! Hoho! Jetzt sind wir aber gigantisch! Der ist weg! Der ist weg! Und der ist weg! Ganz easy! Uh, große Roboter! Mit Schwerter! Au! Yes! Was? Also das Spiel soll in jeden Fall cool gemacht werden! Okay! Ich muss immer aufpassen, dass diese Go-Throw nicht ausgeht! Und der ist weg! Ja! Da ist der Schwerter! Aber der ist weg! Der ist weg! Und der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Und der ist weg! Achso, man kann sich schrumpfen lassen. Na ja, dann sind alle Teile wieder weg. Ja. Diese Rohre waren gerade so winzig. Und jetzt sind sie wieder riesig groß. Jetzt sind wir wieder größer. Uhhh. Nach dem Aufladen kann er die Kraft der Sonnensteine als gewaltige Schockwelle explosionsartig freisetzen. Okay. Kommen hier noch Gegner oder? Okay. Okay. Diese lilanen Blitze zeigt anscheinend an, dass ich Schaden bekommen habe. Okay. Hey, das sind wieder Sonnensteine. Und jetzt sind wir noch nicht hier. Das war halt echt so wichtig. Aber jetzt haben wir die Schaden gemacht. Und die Schaden bekommen. Und dann gehts wieder mal die Schlucht. Jetzt geht er aber ab. Und dieses Sonnenstück. Okay. Okay. Gibt's hier noch was? Nein? Okay. Und auch selbst in einen Sturm ausgelegten verwandeln. Ach so. Okay, okay, okay. Alter. Jungen, wie geht das? Neck, jetzt zeig uns, was dein Sturmangriff bei diesem Eterbedeck hat. Boah, der geht decken. Wie Sie gesehen haben, kann Neck mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern? Mehr Teile. Boah, jetzt sind wir wieder groß. Der sieht immer cool aus. Also, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie er für euch am coolsten aussieht. Sie nennen ihn Nack, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Nack. Beeindruckend? Mir kommt da doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kugelde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun, als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn der die besiegen kann. Wenn der die besiegen kann.